Ah-ah-ah... 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 Jo! Flöckchen! Ah-ah-ah... Oh-ho-ho... Ihr wisst mein hyperaktives Rentierchen. Mein Name ist Noelle Kringle. Morgen, Prinzessin. Meine Rebhuhn am Birnbaum-Unterhose muss in die Wäsche. Oh, dann wurde mein Weihnachtsfansch ja schon erfüllt. Weihnachten liegt in meiner Familie. Mein Vater war Santa und jetzt ist mein Bruder Nick an der Reihe, die Mütze zu tragen. Wenn einer die Rote verdient, dann ja wohl er. Er hat ein Kätzchen aus einem Baum gerettet. Also ist er artig? Wow, wird dein Bruder bis Weihnachten soweit sein? Na sicher, er ist ein Kringel. Ich will das nicht machen. Das machst du großartig. Ganz toll, ganz toll. Glaub an dich. Das läuft alles andere als gut. Manchmal habe ich diesen Traum, hier rauszukommen. Ein Santa mit Nervenzusammenbruch ist keine Lösung. Nimm dir ein Wochenende in der Auszeit. Zum ersten Mal seit 2000 Jahren ist ein Santa verschwunden. Er sollte sich nur das Wochenende freinehmen. Es muss ein neuer Santa her. Gabriel, Kringel, ich bin in der Technikabteilung und ich liebe es. Gibt's keine Rettungsaktion? Würdest du mir erklären, was du da treibst? Ich hole meinen Bruder zurück und du wirst mich begleiten. Bleiben Sie, wo Sie sind. Wir suchen Santa Claus. Du verressst niemanden, wer du bist. Wo kommst du her? Aus einer Kleinstadt im Norden. Oder wo du herkommst. Sir, es ist ein Privileg, diesen Anzug zu tragen. Ziehen Sie sich eine Hose an. Wie ungezogen. In weniger als 48 Stunden ist Heiligabend. Das könnte doch der perfekte Zeitpunkt sein, um einen Online-Lieferservice zu starten. Wir müssen Santa finden. Seit tausenden von Jahren lassen wir Glöckchen klingen und bringen Geschenke. Wir müssen dafür sorgen, dass sich daran nichts ändert. Mir ist so heiß. Gibt's in dieser Stadt kein Eis? Hallo? Ihre Hose gefällt mir so fröhlich. Das ist eine Yoga-Hose, genau wie Ihre. Das ist meine Joghurthose. Nein, Yoga-Hose. Ich liebe Joghurthosen. Herabschauendes Rehntier. Ich hatte gesagt, übers Wochenende. Niemand hört mir zu. Tu das nicht. Bitte. Wow. Das hat hier echt eine große Bedeutung. Boa. Woa. Da. Das hat hier�atum. Zwei.